Sura 65 Die Scheidung Offenbart zu Al-Madina 12 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abarmas des Barmherzigen O du Prophet, wenn ihr euch von den Frauen scheidet, so scheidet euch von ihnen zu ihrer festgesetzten Zeit und berechnet die Zeit und fürchtet Allah, euren Herrn. Treibt sie nicht aus ihren Häusern, noch lasst sie hinausgehen, es sei denn, sie hätten eine offenkundige Schändlichkeit begangen. Und dies sind Allahs Gebote. Und wer Allahs Gebote übertritt, der hat sich selber Unrecht getan. Du weißt nicht, ob Allah danach etwas Unvermutetes geschehen lassen würde. Wenn sie aber ihren Termin erreicht haben, dann haltet sie in Güte zurück oder trennt euch in Güte von ihnen und nehmt als Zeugen Leute von Billigkeit unter euch und legt Zeugnis vor Allah ab. Dies ist eine Ermahnung für diejenigen, die an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Und dem, der Allah fürchtet, verschafft er einen Ausweg und versorgt ihn in der Art und Weise, mit der er nicht rechnet. Und wer auf Allah vertraut, für den ist er seine Genüge. Wahrlich, Allah setzt durch, was er will. Siehe, Allah hat für alles eine Bestimmung gemacht. Wenn ihr Zweifel hegt über jene eurer Frauen, die keine Menstruation mehr erhoffen, dann wisst, dass ihre Frist drei Monate beträgt. Und das Gleiche gilt für diejenigen, die noch keine Menstruation gehabt haben. Und für die Schwangeren soll die Frist so lange dauern, bis sie zur Welt bringen, was sie getragen haben. Und dem, der Allah fürchtet, wird er Erleichterung in seinen Angelegenheiten verschaffen. Das ist Allahs Befehl, den er euch herabgesandt hat. Und wer Allah fürchtet, er wird seine Übel von ihm nehmen und ihm einen würdigen Lohn geben. Lasst sie wohnen, wo ihr wohnt, gemäß euren Mitteln und tut ihnen nichts zu leide, in der Absicht, es ihnen schwer zu machen. Und wenn sie schwanger sind, so bestreitet ihren Unterhalt, bis sie zur Welt bringen, was sie getragen haben. Und wenn sie das Kind für euch stillen, dann gebt ihnen ihren Lohn und geht gütig miteinander um. Wenn ihr aber Schwierigkeiten miteinander habt, dann soll eine andere das Kind für den Vater stillen. Jeder soll aus seiner Fülle ausgeben, wenn er die Fülle hat. Und der, dessen Mittel beschränkt sind, soll gemäß dem ausgeben, was ihm Allah gegeben hat. Allah fordert von keiner Seele etwas über das hinaus, was er ihr gegeben hat. Allah wird nach einer Bedrängnis Erleichterung schaffen. Und so manche Stadt widersetzte sich dem Befehl ihres Herrn und seiner Gesandten. Und wir zogen sie streng zur Rechenschaft und bestraften sie mit grässlicher Strafe. So kostete sie die bösen Folgen ihres Betragens und am Ende ihres Betragens stand ein Verlust. Allah hat für sie eine strenge Strafe bereitet. So fürchtet Allah, O ihr Leute, von Verstand, die ihr glaubt. Allah hat euch wahrlich eine Ermahnung herniedergesandt. Einen Gesandten, der euch die deutlichen Verse Allahs verliest, auf das er jene, die Glauben und gute Werke tun, aus den Finsternissen ans Licht führe. Und den, der an Allah glaubt und Recht handelt, wird er in Gärten führen, durch die Bäche fließen, worin er auf ewig verweilen wird. Allah hat ihm wahrlich eine treffliche Versorgung gewährt. Allah ist es, der sieben Himmel erschuf und von der Erde die gleiche Anzahl. Der Befehl steigt zwischen ihnen herab, auf das ihr erfahren möget, dass Allah über alle Dinge Macht hat und dass Allahs Wissen alle Dinge umfasst. Allah ist es. Vielen Dank.